Willkommen zum Podcast des Polnischen Instituts Düsseldorf. Wir sprechen über polnische Literatur, aktuelle Bucherscheinungen, neue Ausstellungen und Filme und vieles mehr. Heute stellen wir den Roman Philipp von Lopold Tirmand vor. Lopold Tirmand und seine Bücher genießen in Polen bis heute Kultstatus. Tirmand wurde 1920 in Warschau geboren. Er war Schriftsteller, Journalist und Publizist. Er war auch ein schaffsinniger Beobachter und erschuf in seinen Büchern eine einzigartige literarische Chronik von Menschen und Orten. Für die Jazzgemeinde ist Tirmand untrennbar mit dem Anfängen des Jazz im Nachttags Polen verbunden. Bereits 1947 gründete er in Warschau den ersten Jazzclub, organisierte berühmte Jazzkonzerte und verfasste die erste polnischsprachige Jazzmonografie. Seine Liebe zu Jazz ist auch in dem Roman Philipp hörbar. Auch andere autobiografische Erlebnisse hat er in dem Roman verarbeitet. Zum Beispiel seinen Aufenthalt in Frankfurt am Main 1942 bis 1943, das Spannende daran und der falsche Identität. Darüber und über das Buch Philipp erzählt uns Peter Oliver Löw, der es ins Deutsche übersetzt hat. Wir hatten Sommer, das heiße Ende des Junis 1943. Hinter dem Fenster von Piotters Zimmer lag, erstarrt in der Hitze, Frankfurt. Piotter stand in einer Badehose in der Mitte des Zimmers und trocknete sich mit einem Handtuch die langen, schlanken Beine ab. Diese Freundschaft war wie ein Lächeln des Schicksals auf uns gekommen, wie ein Lottogewinn oder etwas in der Art. Philipp, das ist ein Buch wie ein Leben, ein Buch voller Kraft, Farbe und Tempo und es ist auch ein Buch vom Überleben. Eines Polen jüdischer Herkunft, mitten im Krieg, mitten in Deutschland, wo er mit falschen Papieren als Fremdarbeiter lebt. So ein Buch hat Deutschland bislang kaum gekannt. Eine Schilderung des deutschen Kriegsalltags, 1943 in Mainz und vor allem in Frankfurt am Main, mit den Augen eines Außenseiters, der Glanz, Elend und Absurditäten des Kriegslebens an der Heimatfront scharf seziert. Eine Generationenfrage, entgegnete ich. Die Töchter der Parteibonsen und hohen Offiziere wissen schon, woher der Wind weht. Das sind unsere Verbündeten. Sie kleiden sich, wie wir es wollen. Und wir möchten mit ihnen so manche Dinge anstellen. Tatsache, gab Piotter zu. Ihre Mütter sind noch vom Typ Wahlküre, kochen auf dem Elektroherd eigenhändig die Mahlzeit für ihren Parteimann und Krieger, wenn er von der Jagd auf die Juden zurückkommt. Aber die Töchter und Söhne sind ihre größte Niederlage. Sie hören insgeheim Jazz und beknien ihre Verlobten in Briefen darum, ihnen etwas aus Paris zur Aufstockung ihrer Garderobe mitzubringen. Ihnen liegt mehr an italienischen Strümpfen als an Rommels Einsatz von Tripolis. Sie würden, ohne mit der Wimper zu zucken, das ganze Afrika-Chor für ein paar neue Schuhe und einen Originallippenstift von Cotty opfern. Leni Riefenstahl ist für sie schon eine ältliche, langweilige und unmodische Schnalle. Was gibt es nicht an saftigen Episoden in seinem Buch? Ein Großempfang mit Nazibonzen? Badefreuden am Main, kritisch beäugt von ausgemergelten Deutschen? Ein Jazzkonzert im Café Schumann und Gespräche mit deutschen Landsarren? Und worüber sprechen sie? Natürlich über Frauen, denn für Philipp Anfang 20 geht es nicht nur ums Überleben und nicht nur darum, den Deutschen eins auszuwischen, sondern immer wieder auch um Frauen. Ihr seid ja alle übergeschnappt. Was für ein Leben ihr führt! Manchmal, wenn ich euch so sehe, frage ich mich, ob die Nazis nicht recht haben. Jedenfalls hätte ich nichts dagegen, wenn man alle ausländischen Kellner öffentlich erhängen würde. Ich werde sowas von wütend, wenn ich sehe, wie gut es euch geht. Wir verrecken langsam von dem Kartenbrot. Du übertreibst, sagte ich. Nicht alle Deutschen verhungern, sagte Piotr sachlich. Und nicht alle Ausländer trinken Moselwein. Geh über den Bahnhof und schau dir die Polen an. Wir aus dem Parkhotel sind ganz anders, fügte er nicht ohne abschätzigen Stolz hinzu. Wir verteidigen uns erfolgreich. Als Übersetzer muss ich sagen, ein anspruchsvolles Buch mit stetem Wechsel zwischen umgangssprachlichen Dialogen und teils hochgestochenen, wasserfallartig aufs Papier gebrachten Erzählpassagen. Und alles in allem ein Buch, das rauschhaft glücklich machen kann. Aber auch nachdenklich. Denn Philips Schelmengeschichte, seine Überlebensgeschichte, die viele Gemeinsamkeiten mit der Überlebensgeschichte des Autors hat, das ist eine Ausnahme, eine absolute Ausnahme in einer Zeit des Mordens, Tötens und Sterbens. Es wimmelte vor Uniformen. Einige sahen so galamäßig aus, dass man nur schwer ihre Bedeutung erahnen konnte. Was kann das wohl für ein Admiral sein? fragte ich Piotr am Tisch, als ich die schmutzigen Gläser forträumte. Weiß der Kuckuck, sagte Piotr. So ist das halt in Deutschland. Das kann ein Hauptinspektor des Korps der Steuereintreiber sein oder ein Oberförster aus dem Rheinland. Fehlerfrei erkannten wir sämtliche Uniformen der Wehrmacht, der Luftwaffe und der Kriegsmarine in allen Schattierungen. Nicht schlechter wussten wir über die Kleidung der Sicherheitsbehörden, der Polizei, der SS und der Sondereinheiten Bescheid. Wir hatten Ahnung von den Uniformen der Hilfsdienste und technischen Organisationen wie der Organisation Todt oder des Kraftfahrkors Speer. Doch das, was sich jetzt vor unseren Augen tummelte, ließ unser bisheriges Wissen auf Null sinken. Warum das Buch erst jetzt, 60 Jahre nach der polnischen Erstausgabe, auf Deutsch erscheint, bleibt ein Rätsel. Aber es ist nie zu spät, um ein großartiges Werk zu entdecken. Das war ein Podcast des Polnischen Instituts Düsseldorf. Wir freuen uns, wenn Sie den Podcast teilen und auf Ihre Kommentare und Fragen. Sie finden uns online auf der Webseite institutpolski.pl slash Düsseldorf und auf unserem YouTube-Kanal, Facebook und Instagram. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Über das Buch Philipp von Lopold-Tirmand sprach Peter Oliver Löw, der Übersetzer. Textfragmente aus dem Buch Las Samuel Weiss in der Hörfunkfassung des hessischen Rundfunks 2 Kultur. Eine Einführung von Monika Werner. Das Buch ist in Zusammenarbeit mit dem polnischen Institut Düsseldorf in der Frankfurter Verlagsanstalt 2021 erschienen. Aus dem polnischen wurde es von Peter Oliver Löw übersetzt.